Ih, Schreier! Nein, was für ne Range! Komm runter! Ja, du bist schon unterwegs. Jetzt gibt's erstmal mit... Nein, jetzt kommt der andere... Wo ist sie denn? Die rennen immer weg. Die ist schon weg, die Schreierin. Ach so, die hat's schon... Oh no. Ja, deshalb, die stand... Weißt du, die stand drei Meter hinter den anderen und ist einfach mit umgekippt. Oh, das klingt laut. Das... Ja, das hat laut geklungen. Das ist wohl richtig. Oh, warte, da mach ich mit. Ist einfach umgefallen. Da hinten... Ist ein... Ist ein Rammer. So Schockschaden macht das ja nicht für ne... Oha! Oha! Granate fliegen! Geh weg, geh weg, geh weg! Oho! 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 Kann man in diesem Spiel... In diesem langsamen, lahmen Spiel... Kann man nicht reagieren. Bleib oben! Jaaa! Rückwärts gar... Boah! Tschüss! Mitten in dem Medicate... In dem Camp gespawnt. Ey, das ist ja krank. Ich bin ja... Der Gin... Also der eine ist tot... Der andere ist da gerade um die Ecke. Hallo? Also nicht tot, sondern dort schick. So. Oh... Oh! Ach, du bist da hinten bei dem, oder? Jaja! Das ist voll unschön. Ah, okay. Ach, der ist down. Ah, gespawnt, okay. Gut, der andere... Da... Und dann haben wir alles frei, ja. War gut gemacht mit den Granaten. Wunderbar. Fast, fast gut. Ja, bis auf den einen Fehlwurf von mir. Naja, ist ja. Hier ist ein Porto. Ja, ich komm gleich mal vorbei. Wo? Da rechts rein... Also da rein und dann rechts. Ich hätte auch irgendwie voll ungewohnt, dass die Granaten halt einfach an der Wand hängen bleiben. Ja, wir sind hier... Battlefield gewohnt. Hä? Wo ist denn das? Auf der Matratze da. Rechts. Ja, ist nix. Ist hier nix. Hier lag das. Ja, dann hast du es weggenommen. Gab nur eins. Ah, okay. Keine Ahnung. Das ist ja die Quest für den... für den einen Typ da bei uns im Lager. Vielleicht zählt das dann vorbei doch. Ah, da ist was. Hast du auch weggenommen? Gut. Was? Was? Du hast gerade da was weggenommen. Was? Nö. Doch. Da war nichts. Videobeweis, da war was. Du hast weggenommen. Du bist hingelaufen, es war weg. Da war was. Ja, was denn? Ja, das ist halt ein Medikit. Achso. Ah. Ja. Ach, hier kommen wir. Ach, hier kommen wir. Da kommen wir da auch rein. Hier ist noch eine Geheimakte. Was? Wo? Da drüber gesprungen bist. Ja, die hab ich schon gesehen gehabt. Ja, ja, genau. Was? So, dann sind wir jetzt hier eigentlich soweit durch. Dann können wir jetzt hier runter gehen. Ja. Da. Wie ich mir immer alles genau anschaue. Hallo? Ja, mir leid, aber irgendwie geht's jetzt auch grad nicht weiter. Ach ne, guck mal da. Ach, guck mal hier. Guck mal hier. Zu den Docks. Geh zu den Docks. Und da ist so ne Tür. Wie denn das? Zum Wohle aller. Mittel 13. Oh ja. Erstmal Lichter. Ja, der. Der wartet. Scheiße. Erstmal Waffe wechseln, warum die auch immer jetzt ausgetauscht worden ist. Aber gut zu wissen, ich hab immer den Raketenwerfer am Start. Ja, gut. Oho, hier gibt's, äh, hier gibt's Waffe, falls du brauchst. Da ist ne Waffe, ne, ich hab ja die AK. Und da ist ne kurze Schrotflinte. Da ist auch mal ne Waffe. Neh mal die Schrotflinte mit. Ich glaub, die pack ich mir auch mal ins Inventar. Mal so jetzt zu Just for Fun. Hast du nicht ne glorreiche gepimpte? Ach, die ist doch schon ewig weg. Achso. Hast du die, ich dachte du hattest grad eine gemacht? Achso, ne, das ist ja, das ist ja ein Maschinengewehr. Oh, ah. Ja. Ja. Oh, ein Hämmerchen. Dreier mal was bei mir. Ach, lächerlich. Ja, dachte ich mir. Ja, wo die hier durchkriechen musste. Krass. Was? Dass du das findest, find ich viel krasser. Was? Nix, nix, alles gut. Ja, hier gibt's ja nur den einen Weg, also. Ach, Fermo. Ich trau dir nichts, äh, alles zu. Was? Hu. Alter. Ja, da steht einer. Ja, da steht einer. Nee. Ich komm mit in die Messer, ich kann nicht, ich konnte den grad nicht schlagen, weil mein Messer da an der Tür eingeblieben ist. Schrot findet das irgendwie geil, obwohl die voll wenig Schaden macht. Ja, ich hätte meine vielleicht nicht rauspacken, also. Hier so auf Nahkampfzüge, das stimmt ganz gut. Joa, das ist ne musikalische Unterstützung zu deinen, äh, Boah, wie er direkt vorholt hat. Ich war eigentlich, was ich hab ich dich zu Hause noch nie, hey. Auf dem Krittzeichen hab ich noch nie so oft gesehen, ey. in einem Zug. Wow! Was mit ihm? um es die Welt die Kraft voll Bock die Schrufe hat mal ein paar reingeholt, pass auf, komm der Lüche hast du das mal Radio angemacht, wa? joa, das ist eine musikalische Unterstützung zu deinem Boah, wie er direkt vor mir ist, wo er sich auslassen Tschüss einer durchkommt, steh ich neben dir Oh, der, der Der ist kopflos voll nach vorne gefallen, das ist ja geil Boah was ein Mörderkrit das war ist geil mit der Schrufe, die macht nur warte, die macht nur 2600 Schaden ok aber die ist schon, die ist schon steilmassiv ist die auf jeden Fall steilmassiv da macht meine, meine, meine 9120 automatisches Gewehr, macht einen Scheißtrick dagegen ja gut, der Verwurf halt auch lange Distanz sicherlich dann auch besser ne wow, wo kommt einer denn her, alter er kommt ja aus der Ecke so, machen wir mal Licht was kommt vor stand der einfach direkt um die Ecke, alter 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 der ganze Vidi Kidzone hier liegen ist der Kerl brauch ich nicht, hab ich genug hm, ok lass erstmal rechts rum, denn links rum ist die Flegge ok jetzt habe ich nur 4000 an dem Schaden gemacht, das verstehe ich nicht ja doch gesehen dafür naja gut, plus plus den Elektro-Schaden oh ja was ist denn das jetzt hinter uns direkt ja zu schreiben ja das kommt durch die Spielspiel rund ja ja das ist ey, wir sehen uns noch was wow ja es sind nur eine oder zwei yes what the fuck ich raste mal grad ein bisschen aus ich muss da ein bisschen was kompensieren, was der Thermometer die ganze Zeit antut hehehe einfach mal grad mal voll drauf gelangt jetzt bräuchte ich aber auch wieder ein bisschen Gewehrmunition wäre voll geil aber hier liegt ja übelst viel rum das ist cool einfach schwaches Tofu naja kannst du auch essen, wenn du zwischenzeitlich mal Hunger hast kannst du den Griff abknabbern oh cool ja das stumpfe Waffe hat schon was an sich, das ist schon geil hier noch was, hier noch was Tja can't doppel klinge, das wäre doch was und dann noch die vertikalklinge dazu die musst du aber echt mal dran packen, will ich unbedingt mal sehen ja ich brauch Monate, es passende äh Werkzeug dafür passt die mal, lasst die mal, lasst die mal, lasst die mal geh mal zurück warte, ja Der bleibt jetzt erstmal kurz liegen. Achtung, weiter zurück, weiter zurück. Weiß nicht, hat es gerockt? Ne, hat nicht gerockt. Das war zu früh. Macht er denn da? Töte sie doch. Nö. Wird es so cool, wie sie da rumputzen? Überliegen, ey. Einfach nochmal quer rein, selten hier. Jawoll. Das ist jetzt mies. Brutzel, brutzel, brutzel. Scheiße, ich brauche schon wieder Gewehr. Ich würde jetzt schon ein bisschen was von der Hinrichtung haben. Aber gut, dass es Zombies sind. Genau, da ist das erlaubt, zum Glück. Ich brauche wieder Gewehr, Polizio. Ich brauche mal einen Tritt ausgewichen. Weil er es kann. Wie du mir immer hörst, halt die Musik an, Mann. Das ist dumme, es heißt, im Reparaturmenü hörst du halt auf nichts. Echt? Oh, lol. Der ist voll daneben. Das ist, wenn das Weiße in den Augen hieß. Ja, 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 ja. Ich bin mit Schrotofill ein bisschen ungeübt. Der kriegt dafür jetzt einen Bodenstampfer ab. Pem. Sieht aus, als ob er erst mal noch einen schönen Nachtritt. Ich finde es cool, ey. Jetzt machen mittlerweile unsere Waffen einfach mehr Schaden als, ähm. Als dieser Stampfer. Früher war der ja so krass. Un, un, unmenschlich. Oh, oh, ich rämmer, rämmer, lol. Oh, der ist so krass. Oh, Mann. Das haben wir schon mal gestickt. Ah, üh. Ich bin tot. Oh, ähm. Ja, was denn? Warte, dass du wieder kommst. Äh, wo bin ich denn lang? Oh, äh. Ah, wo bin ich denn lang? Wo bin ich denn hier gelandet? Ach, hier. Aber das hat ja auch noch nie... Oh, ich hab mal Erkrank. Achtung, Achtung. Ich hab auch noch nie, dass ich da gestorben bin und genau da wiedergekommen bin. Nicht zu nah rangehen an ihn. Oh, ah, weg da. Warte mal, ich leg mal eine Sprengmühle hier hin. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist doch eine geile Idee. Wow. Der ist doch schon gleich weg. Das letzte bisschen geht noch. Ich spreng mich hier aber nicht so cool. Oh, da hinten ist ja auch schon mal ganz schön hell hier auf einmal. Ja, ich hab mir gedacht, da werden wir ja die ganze Zeit die Taschenlammen haben müssen und so. Das ist voll uncool. Ah, 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 gut. Du musst nur eine Brandgranate. Du musst Handgranaten und das ist in diesen Saugehörl. Ja, hab ich ja auch. Ich wechsle noch mal. Wo geht's denn hier hin? Ach, das ist ja mal von dem Kreislaufen oder so. Geil. So. Hätt's mir nicht nachlaufen sollen. Ja, ja. Ich würde mal gucken. Ja, gucken, nicht anfassen. Hallo. 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 Wie konnte er mir so nahe kommen? Wie konnte er dieses Tor? Hör Schuft. Hör Schuft. Geht's an? Was geht ab? Rechts rum. Seit dem Kutzen was. Gibt. Du gibst mir aber auch gar nicht die Chance, die Midi-Kids aufzunehmen. Ja, diesmal nicht. Oh, rechts kommt da noch einer. Au, au, ah, ah, ah. Ich kann abgehen mit der Schrotfl- äh, mit der, mit der, mit der, mit der MG. Ist ja immer voll über. Hier ist nichts. Irgendwas? Oh, hier ist auch nichts. Leer, alles leer. Keine Kisten, keine Drohnen. Schuhen. Ja, ja, ja. Oh, oh. Ah! Kommt schon mal was dickes. Angetrampelt. Oh, diesmal, diesmal ist er so ein Wrestler. Was für ein Wrestler? Ja, der, der so eine Hand hat. Er hat nur eine Hand. Oh, das ist schon da für eine Granate. Auf den Boden schmeißen und wegrennen. Ja, mach ich. Toll. Das war deine. Da war eine zu nah. War es niemals. Das war deine, meine, weil es, es ist schon. Doch. Du hältst mich nicht mal mehr auf. Was ist denn da los? Ich dachte, du bist mitgelaufen. Ich bin gerade gestorben. Hab ich nicht gesehen, weil ich bin auch aufgestanden. Ja, du. Wir standen ja gleich weit. Ja. Ich dachte, ich hätte eh zimal was sagen können. Sonst sagst du dir auch immer was. Du bist ja wenigstens tot. Ja. Hast du gut gemacht. Oi, oi, Kollege. Oi, Kollege. Was haben wir denn hier? Eee. Eee. Guck mal, 5.800? Komm, nimm du mal die Gewehrmunition. Ja, warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. 5.800. Ich will jetzt auch mal eine Schroppflinte. Ja, ich will auch mal ein bisschen Schroppflinten. Boah, krass. Ach, die hat er ja direkt ausgerüstet. Oh, krass. Die ist schon geil. 5.800, wenn ich die hochtunen, ist die bei über 10.000. Hm. Was ist Schroppflinte? Ne, das Gewehr hier, was hier noch liegt. Oh. 10.000? Ja, also, ich würde mal so vermuten, weil meine ist bei 4.000 irgendwas und die ist jetzt bei 9.000 mit dem Tuning. Die Panzerfaust hat 10.000. Wäre dann schon echt krass. Meine hat jetzt 9.129 halt, ne? Was? Ja. Dann nimm die mal hier, nimm die mal, nimm die mal mit, das MG. Das Feuerstoßgewehr ist das. Ja, bei mir warten wir nur 4.800. Wie weit? Ah, ich hatte mal nur eine Frage gerade nebenher. Ja, nicht allzu weit. Was für eine Stufe denn? Das ist... Ja, ähm, Schusswaffen 2. Ah, okay, ich bin bei 4. Ich glaube, das hat damit auch was zu tun. Gibt's noch höher als 10? Ne, ich glaube nicht, weil ich bin bei... Bei meinen stumpfen Waffen bin ich bei 10. Und das schon eine ganze gefühlte Weile. Okay, ich auch. Dann gehen wir mal weiter. Hast du die mir jetzt mitgenommen, ja? Ähm, nö. Wow, was ein Wichser. Dafür krassiert er. So. Ente ist tot. Ich muss nochmal zurück. Ente ist tot. Ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal Ammunitionen bei euch. Die eine Patrone, die eine Patrone nehm ich mir noch mit. Ah, da ist noch so einer. Aus dem Drecksack. Wegen einem, das lohnt sich nicht. Da drauf zu schießen. Will ich auch mal. Wie sie alle hier dreckig hinter den Türen warten. Zumal wie ich gerade hier... Hier bin ich gerade gespawnt, als ich gestorben bin. Da war hier keiner gewesen. Das ist immer sehr geil. Gut Ding. Langsammel Slotfintel. Besser als meiner. Aber die Stufe 51. Was haben wir für eine Stufe? Alter, was geht denn hier ab? 49. Alter, was ist denn hier los? Die haben sich ja mal hier richtig verteidigt. Krass. Ui. Was war denn eigentlich hier drin? Wo war was drin? Hier liegt Wieler-Milikit. Und du bist Wieler vorbei. Nein, du hast mir nur vorher weggenommen, bevor ich da unten war. Es liegt immer noch da. Nein. Und es ist hier oben außerdem. Nein. Oh? Nein. Oh? Wenn ich jetzt da hochgehe, hast du es nur wieder hingelegt. Das geht doch gar nicht. Natürlich kannst du ein Midi-Kit ablegen. Siehst du? Welches Midi-Kit denn? Da liegen auch noch Granaten und Rengmine. Das ist doch gar nicht wahr. Das hast du doch alles schon weggenommen. Oh oh. Lobes Gefühl. Ja, dann. Lobes Gefühl. Oh oh oh. Oh oh. Alter. Da kann man stehen. Da kann man stehen. Flitzer. 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 Was ist denn hier? Warum nimmst du sie nicht da so? Weil es sind, ich wollte das zu ihr gerne machen. Nein. Ach, hier guck auf die Distanz. Wie ist weg, ist nicht da? Oh, Moment. Gesehen. Gesehen. In den Arsch. Jawohl. Geht doch noch, Mann. Jetzt ist die tot. Oh, das tut voll weh. Wenn du die ganze Zeit so in den Arsch reinbekommst. Geht's hier? Ja, keine Ahnung. Da geht's auf jeden Fall weiter. Ja, ja, geht's weiter, genau. Oh, ich komm wieder zurück. Ja, kannst du wieder zurückgehen. Oh, Mann. Ah, schön. Können wir nochmal ganz zurück? Ich brauch Schrot für den Munition. Nein. Oh, Mann. Ein bisschen nur bis zur Treppe, da war was gewesen. Da sind welche. Geh jetzt zum Fracht. Oh, 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 oh. Ist das noch mehr jetzt genug? Ah, Dingsgewehrmunition ist voll. Was haben wir hier für welche? Auch wieder eine 5000 Einwohner. Hier ist eine 5500er. Krass. Die AKs sind irgendwie immer besser, ey. Als was? Als die M16er, M4er, Steiner. Ja, ja. Die haben immer ein bisschen mehr Schaden. Ja, machst du doch mal wenigstens richtig. Komm, Digga. Wessler. Ja, die sind gut, weil die laufen sich schon langsam. Geht doch eine Explosion. Achtung, die ist gleich hier in der Kreuzung. Ja, wo ist sie denn? Oh, die ist schon so. Achtung, Granate. Achtung, Granate. Oh, ich komme nicht so schnell vom Fleck. Das hat mich selbst umgebracht. Oh, Loll. Granaten sind ich, Penny. Ja, die sind richtig krank, sind die. Ah, das ist diese Raketen. Ich weiß nicht. WG, er ist als überlebt hat. Krass. Also, tot überlebt hat. Der kommt später. Ich glaube, der kommt später dazu. Ach, hier geht es auch nicht weiter. Was geht ab? Wo sitzt du? Du musst doch so rumschießen. Du hast den Start weggeworfen. Was? Nein. Hier gibt es aber. Puh. Weißt du, Alter. 600 macht der Start bei mir. Ja, bei mir macht der 1200. Oh. Doppelte. Ungefähr. Ja, so 600. Erstmal 1.200 direkt in die Luft. Und 1.200 ist schon das Doppelte ungefähr. So, Frachtaufzug erreicht. Mission complete.